Hallo, liebe Freunde, heute soll es nochmal um das große 1.19 Wild Update von Minecraft gehen. Denn das ist irgendwie aufgrund der letzten Beta noch ein bisschen weirder geworden, als es vorher vielleicht schon in irgendeiner Form war, wegen den Fröschen und den Slimes und alles, was da irgendwie so dazugehört. Denn wir haben uns ja vor 2-3 Tagen die neueste Beta für die 1.19er Bedrock-Version sozusagen angeschaut und da waren erstmalig diese Blöcke im Hintergrund, die ihr da sehen könnt, mit dabei, diese Froschlichter. Und diese Froschlichter erhält man ja dadurch, das sehen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, dadurch, dass Slimes gegessen werden von Fröschen, also Magma-Slimes, keine normalen Slimes, dadurch bekommt man nur tote Slimes und Schleimbälle, könnt ihr es glauben, ist aber so. Und dann auch Magma-Slimes droppen dann beim Tod, wenn sie von Fröschen aufgeschlungen werden, diese Blöcke da im Hintergrund, dessen Farbe sich daran orientiert, in welchem Biom sich der Frosch befindet. Da gibt es ja 3 unterschiedliche Texturfarben. Damit aber nicht genug, es sind noch so ein anderer, so ein großer anderer Bug ist aufgetreten, den wir uns genauer anschauen müssen. Ein paar Sachen in den Gamefalls, die sehr interessant sind, deswegen dran beim Lunt sich. Vorher noch gerne den Kanal kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, was Minecraft angeht. Und gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, würde den netten Slime sehr freuen, besten Dank dafür. Ich hab da mal eine Kleinigkeit vorbereitet, Freunde. Also das hier sind sozusagen, oder das hier ist sozusagen die Speisekarte der Frösche, ganz genau. Das hier wussten wir, hier nochmal als kleine Demonstration, Frösche essen Magma-Slimes, dieser Frosch ist jetzt orange, in irgendeiner Form braun, orange in die Richtung. Daher droppen dann die getöteten Magma-Slimes einfach mal diese Farbe des Froschlichtes. Die leuchtet aber trotzdem ganz normal weiß, also es sind jetzt keine bunten Farben. Und ich frag mich jetzt gerade, warum der Frosch jetzt keinen Hunger mehr hatte. Anscheinend sind sie in einem Kill zufrieden, das ist ja sehr seltsam, oder? Der Magma-Slime hat gerade ordentliches Glück. Jedenfalls, das wussten wir ja auch schon, genauso wie mit den normalen Slimes. Es ist zwar traurig mit anzusehen, aber Frösche gönnen sich auch normale Slimes und das ist sehr traurig, weil die Frösche ja im Sumpf sozusagen zu Hause sind, genauso wie die Slimes. Dementsprechend haben die Slimes da wieder einen natürlichen Feind dazu bekommen, was ein bisschen sad ist, aber trotzdem kann man sich daraus sehr coole Farms bauen. Genauso wie hier mit den Magma-Slimes sozusagen. Jetzt ist es aber so, es ist folgendes auch in dieser Beta drin. Schaut mal her. Man mag es kaum glauben. Zack, die Ziege ist weg. Der Frosch hat gerade eine ganze verdammte Ziege inhaliert, als wäre es einfach mal ein Snacks zwischendurch. Das ist natürlich die große Frage, die auch sehr, sehr viele Leute gestellt haben von euch in den Kommentaren. Hey Gaming Guides, da ist irgendwas drin, dass die Frösche die Ziegen essen. Ist das, ihr wollt? Ist das ein Feature? Ist das ein Bug? Ein Glitch? Oder ist das ein Happy Accident, der jetzt drin bleibt sozusagen? Weil Fehler werden natürlich auch mal gemacht. Aber vielleicht ist der Fehler ja jetzt so cool, dass er da drin bleibt und das wollte ich euch einfach nochmal ein bisschen näher bringen. Aber man muss ja sagen, es ist schon sehr, sehr seltsam, wenn man sich das nochmal anguckt. Die Ziegen sind einfach instant weg. Wir können uns das so oft hier wollen anschauen, aber es passiert immer wieder. Als kleiner Hinweis direkt, damit ihr Bescheid wisst, das hier wird momentan als Bug eingestuft. Also das wurde auch nochmal speziell von zwei Developern auf Twitter sozusagen preisgegeben. Erstmal von dem lieben Jay, der dann auch ganz klar geschrieben hat, hey, das ist ein Bug. Ganz, also definitiv ist das ein Bug und das wird natürlich auch noch gefixt. Und so ein anderer Minecraft-Dev hat dann auch nochmal erläutert, dass da einfach beim Codieren etwas fehlgelaufen ist. Und sozusagen die Frösche in ihren Gamefights, auch nochmal die Ziegen, kann man da unten sehen, Goat als natürlichen Feind oder Lootable. Lootable ist eigentlich falsch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Sozusagen eingeordnet sind, dass die Ziegen da reingeschrieben wurden. Wie auch immer das Ganze passiert ist, kopiert, falsch eingefügt, ich weiß es nicht. Natürlich, jedenfalls, ja, begründet das diese Aktion hier, dass die Ziegen von Slimes gegessen werden. Das macht natürlich absolut gar keinen Sinn. Also warum sollten sie das tun? Man kriegt ja auch keinen Drop oder sonst irgendetwas in die Richtung. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es in der nächsten Beta auch schon wieder behoben wurde. Viele finden das als offizielles Feature cool. Wobei ich mir so denke, warum sollte man das tun? Also die beiden Slimes, das ist ja alleine schon, ja, relativ weird genug, muss man sagen. Jetzt liegen hier nur noch Froschlicht und Slime-Bälle rum. Das ist ja schon krass. Aber dann auch noch eine Ziege. Also Frösche sind ja keine Killermaschine. Die können ja nicht einfach jedes Mob-Gefühl einfach mal aufschlingen. Das macht ja gar keinen Sinn. Wie steht ihr zu dem Thema? Schreibt es gerne mal in die Kommis. Eine weitere Sache, die ich euch noch gerne zeigen möchte, betrifft einen neuen Command. Also einen neuen Befehl für die Battle Royale Edition von Minecraft. Die Java-Spieler werden jetzt lachen, weil den Command gibt es da schon seit Ewigkeiten. Es gibt nämlich jetzt hier auch den guten alten Damage-Befehl. Das heißt, du tippst dann zum Beispiel Slash Damage ein im Textfeld. Und kannst dann einfach diese ganzen Mobs, zum Beispiel jetzt könnte ich da Frogs gleich eingeben. Und schon bekommen die Frösche Schaden und sterben sozusagen. Jetzt ist da aber was sehr Interessantes aufgetaucht in den Gamefalls, was ich einfach mal zeigen möchte. Und zwar, wir tippen den Befehl jetzt einfach mal an, Slash Damage. Und da müsste man eigentlich hingehen, Add E, also alle Entities. Und dann macht man noch hier diese komische Klammer. Jetzt sehen wir gerade einen Frosch von innen. Ist auch sehr interessant. Geben da noch Type hinter ein. Und nach dem Gleichzeichen, Gleichzeichen und so, können wir jetzt allerhand Mobs eingeben. Und direkt das zweite Mob, schaut mal was da steht. Da steht einfach LA. Der LA ist ganz frisch in den Gamefiles eingefügt worden. Das ist für alle, die es nicht wissen, der Mob-Vote-Winner vom Jahre 2021. Also dieses bläuliche Fliegevieh. Das Vieh sozusagen, was die Items für dich in der Umgebung, die gedroppt wurden, aufsammelt. An eine gewisse Stelle mit einer Jukebox ablegt. Und für dich sozusagen alles ordnet, sortiert, einfängend, aufsammelt, wie man das Ganze auch immer nennen möchte. Damit nicht genug. Wir haben auch die Fireflies schon drin. Also diese guten alten, wie heißen sie noch mal im Deutschen, Leuchtkäfer oder halt Glühwürmchen. Die sind auch schon in den Gamefiles drin. Und bei Minecraft wissen wir, mittlerweile bedeutet das, dass sie in der nächsten oder in der darauffolgenden Beta dann auch schon mit am Start sind. Das heißt, wir kriegen sogar einen sehr, 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 sehr frühen Einblick zum LA. Was mich deutlich verwundert, weil ich dachte, wir würden ihn viel, viel später bekommen. Dementsprechend können wir mit dem LA schon früher recht stehen und ihn dann auch direkt testen. Ich bin sehr gespannt. Und ich bin mal sehr gespannt, wann dann auch endlich die Java-Snapshots losgehen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Badrock und Java sich wieder unterschiedliche Gebiete vornehmen. Dass zum Beispiel in den Betas dann eher die Frösche und das Overworld-Leben sozusagen in Angriff genommen wird. Und dann in der Snapshot-Situation sozusagen vielleicht ja auch der Warden und das Deep Dark dann eher beleuchtet werden. Fände ich ganz cool, dass man bei beiden Versionen so unterschiedliche Einblicke bekommen kann. Wäre eine coole Aufteilung meiner Meinung nach. Falls ihr das anders seht, schreibt es gerne mal in die Kombis. Aber mich würde das persönlich am meisten freuen, weil ich beide Plattformen auch aktiv spiele. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt nur Badrock spiele, wäre es natürlich dumm. Genauso wie wenn ich nur Java spiele. Aber ich fände es eigentlich ganz cool. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Angenehmen Rest Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.